Ich begrüsse dich zu diesem Video. Heute geht es um ein ganz simples Osternest. Also wenn du keine Zeit hast oder wenig Zeit hast oder eher ungeduldig bist, dann ist das das richtige Video für dich. Ich wünsche dir viel Freude dabei und am Schluss gibt es noch ein paar Sachen. Ich wünsche dir viel Freude. 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 Ja, ich wünsche dir viel Freude. разных Reden Capeanos. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war jetzt ein kurzes Video, weil es ist ja für ungeduldige Menschen, daher kurz. Du kannst, wie du gesehen hast, diese Osternester überall benutzen, ob du es ans Fenster hängst, ob du es in einen Ast reinhängst oder du kannst oberhalb vom Tisch einen Ast aufhängen und da die Osternester runterhängen lassen und schön dekorieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und hier habe ich jetzt auch ein Gefäß, wo ich auch Gras mit eingearbeitet habe. Also du könntest das auch in einer Schale machen. Das sieht auch sehr schön aus. Und dann kannst du hier auch noch Blumen und ein Hase oder irgendwas rein dekorieren. Dann meine zwei Kerzenständer. Viele von euch haben geschrieben, sie sehen aus wie Kakteen. Und das stimmt. Mich erinnern sie auch an Kakteen. Daher ist es eigentlich ein super Dekoration. Daher ist es eigentlich ein super Dekorationsobjekt für den Sommer. Ich kann mir das sehr schön auf einem Esstisch vorstellen, der auch sommerlich dekoriert ist. Und dann muss man ja keine Kerzen reinmachen. Man kann da wirklich irgendwelche Blumen oder Muscheln oder was es alles gibt, kann man da rein dekorieren. Der andere Kerzenständer, der mit den Blättern, den werde ich nicht weitermachen. Das ist einfach nicht mein Ding. Wenn von euch den haben möchte, so wie er ist, schau mir das letzte Video an, da siehst du, wie er ausschaut, dann schreib das unten in die Kommentare und dann werde ich dir den schicken. Du müsstest einfach nur die Versandkosten bezahlen, ansonsten brauchst du dafür nichts zu bezahlen. Und dann kannst du den fertig gestalten oder whatever du machen möchtest. Bei mir wird er in der nächsten Woche, wenn der niemand will, landet der bei mir im Müll. Ja, weil ich weiss, ich werde den nicht fertig machen. Okay. Dann nochmal ganz kurz zum Buch. Ach ja, die, die das Buch haben, die wissen natürlich, wie die Osternester gehen. Das ist hier alles schön drin. Und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, meine Druckerei kommt nicht so hinterher mit dem Drucken der Bücher. Also wenn es ein paar Tage länger dauern sollte, bis du das Buch bekommst, sei mir bitte nicht böse. Denn ich werde, oder andersrum, ich versende die nicht täglich, da ich alle Bücher, die nach Deutschland gehen, gebe ich in Deutschland auf die Post, damit ihr nicht 12 Franken versandt bezahlen müsst, sondern eben nur die 1,60 Euro. Und da mache ich halt immer Sammelbestellungen und fahre dann nach Deutschland rüber und gebe die da auf. Also wenn es ein bisschen länger dauert, bitte seid mir nicht böse. Aber ich denke, ob es 12 Schweizer Franken kostet oder 1,60 Euro, ist doch ein wesentlicher Unterschied. Ausser die natürlich, die in Österreich, Italien, alles ausserhalb von Deutschland kostet auch in Deutschland 12 Euro Versand. Warum auch immer. Okay, das wollte ich nur kurz sagen, wenn ich weiss, man freut sich auf das Buch, ist ein bisschen ungeduldig. Ich mache es so schnell, wie ich kann. Und die Druckerei macht auch so schnell, wie sie kann. Also habt ihr ein bisschen Geduld und ein bisschen Verständnis. Und ich gebe alles. Okay, das war's. Der Wochenkurs im April, da hat es noch zwei Plätze frei. Also wenn du da Interesse hast, schau auf meiner Webseite vorbei. Da findest du alle Kursdaten. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ja, schaut meine Videos durch, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Auch wie das Rezept geht von der Pulp. Was für Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Ich habe, glaube ich, über 130 Videos auf diesem Kanal. Kannst du da mal ein bisschen durchschauen und dich inspirieren lassen. Über ein Abo, über ein Kommentar und ein Like freue ich mich natürlich immer sehr. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Da gibt es was vermutlich mit Hase. Mal schauen. In diesem Sinne, bleib kreativ und mach deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.